Weltweit steigt das Interesse an Bitcoin. Wir haben einen Breakout im Bitcoin-Chart gesehen und was die Bitcoin-Dominanz sowie weitere On-Chain-Daten sagen, das und vieles mehr werden wir uns in unseren täglichen Update auf unserem Crypto-Kanal heute anschauen. Bevor wir jetzt aber ins Video rein starten, einmal noch einen herzlichen Dank an alle Leute, die uns hier täglich unterstützen. Lasst doch gerne nochmal ein Like auf das Video da und macht die 30 Likes voll oder schreibt einen netten Kommentar, das freut und unterstützt uns natürlich immer und pusht uns auf dem YouTube-Algorithmus, damit wir weiter diese täglichen Updates für euch raushauen können. Für alle, die neu hier sind, natürlich auch gerne den Kanal abonnen und die Glocke aktivieren. Da wir wie immer aber viel zu tun haben, würde ich sagen, starten wir jetzt auch sofort rein. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück hier von mir. Wir wollen uns jetzt direkt nochmal News anschauen und danach noch ein paar On-Chain-Daten. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit den News. Da geht es eigentlich nicht um eine sonderlich große News, einfach nur insgesamt, dass das Interesse an Bitcoin wieder deutlich am steigen ist, seit wir jetzt eben wieder diese, ich sag jetzt mal diese ETF-Panik hatten, darum, dass Bitcoin dann auch gestiegen ist. Jetzt werden anscheinend viele Leute wieder FOMO haben und dementsprechend wird natürlich Bitcoin auch bei den normalen Investoren oder bei den konservativen Investoren deutlich bekannter und beliebter jetzt auch werden in nächster Zeit. Und da haben wir halt auch diese Headline hier und zwar die Suchanfragen nach Bitcoin kaufen schießen weltweit in die Höhe und dazu ist es besonders stark in Großbritannien gekommen. Da sind die Suchanfragen um mehr als 800% gestiegen und das ist natürlich schon sehr interessant, gerade weil natürlich Großbritannien auch eine recht starke Wirtschaftsmacht ist und dementsprechend natürlich dort auch viele Leute Bitcoin kaufen könnten. Und allgemein würde ich einfach sagen, ist das ganz interessant zu sehen, dass wenn wir mit dem Preis ansteigen und wir direkt wieder in einen einigermaßen interessanten Preisbereich kommen, ich meine wir sind jetzt von 25.000 US-Dollar mehr oder weniger in ein bis zwei Wochen auf 35.000 US-Dollar gestiegen, dass sich dann wieder direkt viel mehr Leute damit beschäftigen, obwohl jetzt wahrscheinlich ist, dass wir nach diesem Anstieg vielleicht erstmal nicht so stark wieder ansteigen werden und trotzdem sehr viele Leute sehr viel Interesse an dem Kryptomarkt zeigen. Das wollte ich einfach nur nochmal gezeigt haben und damit gehen wir auch direkt zur ersten Onchain-Data und da haben wir einfach nochmal Long vs. Short-Term-Holder und das ist natürlich sehr interessant, weil wir haben hier eben die Long-Term-Holder-Supply, der immer mehr steigt und der Short-Term-Holder-Supply, der immer mehr fällt. Das bedeutet, es wird einfach sehr inaktiv um die Short-Term-Holder und das ist natürlich sehr interessant dahingehend, hatte ich auch glaube ich schon mal in den letzten Parts in den Onchain-Daten, dass eben die Leute mehr davon ausgehen, dass wir hier vielleicht eine längere positive Preisentwicklung bei Bitcoin sehen werden und dementsprechend ihre Bitcoin eher halten, anstatt diese, ich sage jetzt mal Short-Term-Active zu halten und diese eventuell nochmal ein bisschen aktiver zu handeln, sondern die Leute eher darauf setzen, die Bitcoin länger zu halten und davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich längerfristig in den nächsten ein bis zwei Jahren deutlich mit dem Kurs ansteigen werden und das finde ich natürlich nochmal sehr interessant, gerade das hier sieht man, die Schere vergrößert sich immer mehr, außer natürlich hier gab es nochmal diesen Extrem-Bounce, aber alles in allem geht der Short-Term-Active-Supply immer weiter runter, also wird immer inaktiver und der Long-Term-Holder-Supply steigt immer stärker. Das bedeutet wie gesagt, dass die Leute einfach mehr auf eine langfristig positive Preisentwicklung setzen. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen zum nächsten Onchain-Daten, die ergänzt das Ganze so ein bisschen und zwar Average-Wale-Position-Change und zwar steigen die Whale-Positions auch stark an, das kann man hier wieder erkennen, zwar haben wir hier auch wieder so einen kleinen Peak gesehen, beziehungsweise sehen wir hier natürlich, dass die Average-Price auch nochmal deutlich steigt und dementsprechend ist es natürlich auch nochmal recht wichtig, dass wir hier sehen, dass die Whales auch nochmal akkumulieren, das ist natürlich jetzt kein sonderlich interessanter Indikator, beziehungsweise kann man jetzt natürlich nicht sagen, die Whales kumulieren, wir müssen jetzt hier auch kaufen, aber man sieht natürlich, dass dann Leute mit recht großem Marktanteil, beziehungsweise mit recht großem Kaufvolumen hier momentan bei den momentanen Preisen in den Markt einsteigen und das ist natürlich auch nochmal recht positiv, denn wie gesagt, man muss sich natürlich immer etwas an den richten, beziehungsweise etwas an das richten, was die breite Masse macht und die Whales nehmen natürlich da schon ein gewisses Kaufvolumen ein, was dann natürlich sehr interessant und auch sehr relevant für die Bitcoin-Preisentwicklung ist und dementsprechend ist das auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass diese bei den momentanen Preisleveln hier wieder akkumulieren. Zuletzt wollte ich jetzt nochmal darauf eingehen, dass wir hier momentan bei der Bitcoin-Dominanz, die wollte ich nämlich nochmal zeigen, einen extremen Anstieg haben, also die Bitcoin-Dominanz ist jetzt seit einiger Zeit, ich sage jetzt mal ungefähr seit Mai, aber dann vor allem hier halt in Richtung Juni nochmal deutlich stärker gestiegen und ist jetzt wieder am höchsten Punkt, sage ich jetzt mal, seit hier tatsächlich April, 20. April 2021, das heißt über zweieinhalb Jahre sind wir jetzt wieder auf dem Hoch, das heißt zweieinhalb Jahre waren wir nicht so hoch, wie die Bitcoin-Dominanz momentan ist und das sagt natürlich auch einiges aus und zwar können wir hier einfach erkennen, Bitcoin wird wieder dominanter, wenn Bitcoin dominant ist, geht es langsam wieder in einen Bullenmarkt, das erkennen wir auch hier, als es dann beispielsweise 2018 hier in den Bullenmarkt gegangen ist, ist die Bitcoin-Dominanz auch extrem gestiegen, dann hier natürlich nochmal in Richtung 2020 war die Bitcoin-Dominanz sowieso extrem hoch und jetzt ist sie auch wieder am steigen, das bedeutet, man sieht, dass sich hier ein eventuell neuer Bullenmarkt langsam wieder anbahnt, beziehungsweise halt dahingehend auch die Zunahme der Bitcoin-Dominanz feststeht und Leute, das war es auch wie immer von den On-Chain-Daten, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen und ich gebe an Finn weiter zur Chart-Analyse. In den Charts haben wir ein erneutes Breakout gesehen, was das jetzt für uns bedeuten könnte, schauen wir uns jetzt mal an, als allererstes schauen wir uns aber hier erstmal den Daily-Chart an, hier haben wir jetzt gestern den gestrigen Daily-Close gesehen, die zweite rote Kerze seit einigen Tagen oder beziehungsweise seit knapp einer Woche und diese Kerze war erstmal nicht so beerisch, wie sie hätte sein können, klar, wir haben hier einen ziemlich großen Wig nach unten gesehen, aber eben nur einen Wig und keinen Close hier sehr weit unten gesehen, trotzdem bestätigt die zweite rote Kerze natürlich erstmal, dass wir hier einen deutlichen Resistance über uns haben, wir hatten das ja in den letzten Videos schon angesprochen, wir haben diesen aufsteigenden Resistance hier und den oberen Resistance unseres Uptrends-Kanals noch und dieser bereitet uns aktuell noch einige Sorgen. Ich könnte mir, wie ich ja schon so weit in einigen Videos sage, durchaus vorstellen, dass wir noch die Daily-Emer-Hurbans hier bei den 30.000 abholen werden, man muss ganz klar sagen, gerade wenn die heutige Daily-Kerze noch rot werden sollte, das heißt, wenn wir in 11 Stunden hier noch rot schließen, haben wir einen deutlichen Wig nach oben hier gesehen, haben zwei rote Kerzen, dann eine Kerze, die deutlich abverkauft wurde, damit dann theoretisch die dritte rote Kerze, dann halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass wir hier die 30.000 nochmal nach unten antesten werden oder zumindestens die 32.000 auf jeden Fall nochmal abholen werden. Zudem muss man ja auch ganz klar sagen, wir haben noch signifikante Liquidationslevel unter uns, das heißt, auch hier könnten die Market Maker nochmal durchaus viel Liquidität im Markt abholen, trotzdem sollten wir jetzt mal auf die kleineren Timeframes zuschauen, weil da hatten wir ja gestern noch ein neues Pattern herausgefunden und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier auf dem 1-Stunden-Timeframe hat sich jetzt mehr oder weniger das erste Pattern nach unserem großen Aufwärtstrend hier gebildet und dieses Pattern ist ganz klar ein Ascending Triangle, das hatten wir ja gestern schon herausgefunden, beziehungsweise diese Topline haben wir ja schon seit, glaube ich, 4-5 Tagen sogar inzwischen und jetzt hatten wir ja noch dieses kleinere Ascending Triangle, was sich in dem größeren Ascending Triangle befindet. Dieses kleinere Ascending Triangle ist jetzt ausgebrochen, da aber die untere Linie beim kleinen so wie beim großen Ascending Triangle das gleiche ist, haben wir theoretisch ein doppeltes Breakout aus beiden Pattern jetzt gesehen, das Price Target des kleinen Ascending Triangles, also dieses Ascending Triangle hier, haben wir hier sogar in gelb eingezeichnet, haben wir sogar schon nach unten hin erfüllt, das heißt dieses Price Target wurde schon gehittet, jetzt sieht es hier aus, als würden wir nochmal einen größeren Retest hier sehen, von unserem großen Ascending Triangle natürlich, hier haben wir das Price Target ja noch nicht erfüllt, das heißt hier hätten wir auch noch deutliches Downside Potenzial, auch ein offenes Price Target hier bei genau 32.250 Dollar, das heißt für mich entscheidet sich hier jetzt im Endeffekt, ob wir nochmal die 32.000 sehen werden, weil ganz klar, wir haben jetzt hier das Breakout unter unserem Trend gesehen, haben diesen jetzt sogar von unten nochmal angetestet, wurden hier mit einer One Hourly Kerze extrem stark rejected, wir haben hier einen Extrem Wig nach oben gesehen, jetzt fallen wir gerade wieder ab, die Hourly Candle schließt auch in einer Minute, das heißt auch diese wird ungefähr hier in Rot den Reject weiter fortsetzen, spätestens wenn wir jetzt hier unser vorheriges Low unterboten haben, bei 33.600, spätestens dann halte ich es für relativ gegeben, dass wir hier diese 32.200 noch abholen werden in den nächsten ein, zwei Tagen und damit könnten wir natürlich dann auch nach unserem großen Aufwärtstrend, den wir ja jetzt in den letzten Tagen gesehen hatten, nochmal eine größere Korrektur wirklich sehen. Gerade wenn wir dazu auch nochmal auf den Daily Time Frame springen, sehen wir auch sehr schön hier schon, dass die 32.200, also genau das Price Target von unserem Ascending Triangle, was jetzt nach unten ausgebrochen ist, auch hier die untere Linie des Aufwärtskanals sind, das heißt diese 32.200 halte ich eigentlich für sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten zwei, drei Tagen nochmal kommen sollten, solange jetzt nicht in den nächsten Stunden nochmal sich was ganz anderes aus den Charts ergibt und wie gesagt, dann spätestens bei den 32.200 wird dann wieder interessant, ob wir eben nochmal auf die 30.000 korrigieren würden wirklich, wo dann ja auch unsere Daily Aimers wie gesagt sein würden oder zumindest ungefähr dort in dem Bereich würden sie dann langsam kommen, das heißt spätestens hier könnte es dann nochmal signifikanten Support geben, ob die 30.000 dann wirklich das erste Mal nachhaltig als Support für uns dienen, wäre natürlich extrem interessant. Das wichtigste Preis, was ich jetzt aktuell im Auge halte, sind die 33.600, weil das einfach hier unser Tiefpunkt ist, sobald wir den unterboten haben mit den nächsten Kerzen und gerade wenn wir den 4-Auli-Close darunter sehen, halte ich es für sehr gegeben, dass wir wie gesagt die 32.200 sehen werden. Wenn wir das Ganze jetzt beispielsweise traden wollen würden, könnte man meiner Meinung nach hier zwei potenzielle Trade-Setups nutzen. Einmal, wenn wir jetzt beispielsweise sofort hier Short gehen wollen würde, hätte ich gesagt, wäre es sinnvoll hier vielleicht noch den kleinen Wig nach oben hier mitzunehmen, das heißt, dass man hier nicht liquidiert wird. Wenn man den Stop-Loss etwas enger setzen könnte, könnte man ihn aber auch mehr oder weniger hier direkt, sag ich mal, über die Trendlinie hier setzen, dass man eben nicht liquidiert wird, solange wir jetzt hier nicht nachhaltig noch reinpumpen. Trotzdem muss man hier natürlich auch aufpassen, wenn ein Stop-Loss gesetzt ist, heißt natürlich auch, dass ein Wig diese Stop-Loss-Liquidation auslöst im Endeffekt, aber trotzdem auch hier hätten wir natürlich ein ziemlich gutes Risk-Reward-Ratio. Wenn man jetzt das Ganze etwas sicherer angehen will, kann man auch darauf warten, bis wir wie gesagt diesen Punkt hier als Low unterbieten, dann kann man theoretisch den Stop-Loss natürlich auch nochmal etwas anders setzen, beispielsweise potenziell auch wieder hier direkt dahinter, sonst natürlich auch mit etwas mehr Spielraum angehen will, könnte man das trotzdem natürlich hier auch über diesen Bereich setzen. Das wäre knapp über den 34.250. Das Ganze würde ich tendenziell aber nur präferieren, wenn man dann hier nicht gegebenenfalls den gesamten Trade zu machen will, sondern ihn gegebenenfalls noch etwas weiter offen lassen würde, dass zumindest eine Teilposition dann gegebenenfalls auch bis zu den 30.000 hier noch weiter runterlaufen könnte oder gegebenenfalls natürlich auch nochmal vergrößert werden könnte, wenn sich nochmal andere Dinge in den Charts ergeben. Wie gesagt, den Stop-Loss würde ich hier je nachdem natürlich setzen, wie ihr das Ganze angehen wollt. Wenn ihr das Ganze nur hier bis zum Price-Target wirklich traden wollt, würde ich den tendenziell etwas näher nehmen, weil wenn man natürlich hier bis hier hinten sieht, haben wir hier vom Risk-Reward-Ratio nur 1,7. Das ist nicht sonderlich gut. Deswegen lohnt es sich einfach deutlich weniger natürlich hier, diese etwas potenziell größeren Verluste mitzunehmen nach oben, wenn man eben dann nicht auch den größeren Swing nach unten mitnehmen will. Das sind immer so die Abwägungen, die man hier treffen sollte. Also, wie gesagt, wenn man hier traden will, etwas näherer Stop-Loss würde ich potenziell präferieren, wenn ich hier nur bis zum Price-Target trade. Etwas weiteren Stop-Loss würde ich setzen, wenn ich gegebenenfalls darauf spekuliere, dass der Preis dann hier noch bis zu den 30.000 oder potenziell natürlich noch weiter runter korrigieren könnte. Wenn ihr aktiv am Handel seid, diese potenzielle Short-Korrektur beispielsweise traden wollt, dann könnt ihr natürlich den Link in unserer Videobeschreibung nutzen. Da könnt ihr kostenlos unserer Community beitreten, euch auf einen Exchange eurer Wahl registrieren und habt zusätzlich, wie gesagt, Zugang zu unserer Community. Alles kostenlos, ihr könnt mehrere tausend Euro an Preisgeldern gewinnen, kriegt die niedrigsten Gebühren, Zugang zum Discord und so weiter und so fort. Noch viele weitere Vorteile. Ich würde behaupten, es lohnt sich auf jeden Fall. Trotzdem müsst ihr natürlich immer eure eigenen Analysen machen. Wir sind hier keine Finanzberater, sondern teilen hier lediglich unsere eigenen Meinungen. Ich würde aber sagen, das war es soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr bei uns unterstützen wollt, dass ihr weiter diesen täglichen Content für euch raushauen könnt, gerne natürlich ein Like da lassen oder ein Kommi. Das freut uns natürlich sehr und unterstützt uns im YouTube-Algorithmus. Und damit würde ich auch sagen, verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann morgen wieder im täglichen Update. Ciao, ciao.